Hallo, ihr seid ja auch da. Ich labe mich hier schon am Labkraut und was gerade sonst noch so geht in Sachen Frühling, das werdet ihr jetzt erfahren. Es ist Frühling und man sieht es auch. Also hier, guckt euch die Pflanze an. Die Knospen öffnen sich und das ist eine Pflanze, die wir sehr sehr schätzen, die man auch sehr häufig finden kann und dementsprechend kann man da auch ganz gut von ernten, ohne ein allzu schlechtes Gewissen sozusagen. Und es handelt sich hier um den Weißdorn. Also vor so zwei Wochen ungefähr oder drei Wochen haben wir ja schon mal die Knospen davon geerntet und jetzt öffnen sie sich. Also jetzt sind sie bereit für den Frühling und man hat hier so ein wunderschönes Grün, richtig hellgrün und saftig und die Blätter sind jetzt natürlich noch richtig zart in dem Zustand. Und das ist natürlich perfekt. Also wir mögen den Weißdorn sehr gerne für Säfte, für Salate, für Smoothies. All solche Sachen lässt sich da sehr variabel einsetzen, weil er hat einen sehr milden Geschmack und so ein bisschen nussig und ist ja auch eine Pflanze, also die sowohl mythologisch als auch von der Heilkunde her höchst spannend ist. Also mythologisch geht da viel so in Richtung Schutz vor bösen Geistern und so, wo sie so traditionell in der Geschichte eben gepflanzt wurde und da ranken sich sehr sehr viele Mythen und Geschichten um die Pflanzen. Also sehr spannend, wenn man sich für sowas interessiert. Aber auch von der Heilwirkung her tatsächlich mal eine Pflanze, die auch ganz gut erforscht ist, was ja bei den Pflanzen und Pilzen doch eigentlich eine Seltenheit ist. Leider muss man sagen. Und hier hat sich in verschiedenen Forschungen eben gezeigt, dass der Weißdorn zum einen die Kontraktionskraft des Herzens verbessert und gleichzeitig auch die Sauerstoffversorgung des Herzmuskels. Also laut diesen Ergebnissen ist es wirklich eine richtig richtig tolle Pflanze fürs Herz, um dem Herz mal was richtig Gutes zu tun, dass es eben richtig mit Liebe in den Frühling startet oder so wie der Frühling das so in sich hat. Und dazu ist dann so eine Pflanze natürlich was ganz ganz tolles. Aber man sollte natürlich auch aufpassen. Klar also jetzt wenn ihr irgendwie Herzprobleme habt, solltet ihr sowas natürlich unbedingt auch mit dem Arzt absprechen. Jetzt nicht einfach Experimente starten, weil euch jemand auf YouTube gesagt hat, hey, das verbessert die Sauerstoffversorgung des Herzens. Jetzt nehmen wir jeden Tag richtig viel Weißdorn. Also das muss man natürlich auch ein bisschen absprechen. Gerade wenn man Probleme eben hat mit dem Herzen und auch in der Schwangerschaft natürlich muss man aufpassen. Überhaupt, was wir so in unseren Videos sagen, wenn man schwanger ist, muss man natürlich extra nochmal aufpassen und alles nochmal nachgucken jeweils, weil viele Pflanzen sind nicht unbedingt geeignet für die Schwangerschaft oder es ist vielleicht auch nicht immer so ganz bekannt. Also da muss man auch aufpassen. Ja, aber wie gesagt, also der Weißdorn, wir schätzen den sehr gerade jetzt. Eben weil er so schön mild ist und gesund fürs Herz ist, aber natürlich auch noch alle möglichen anderen gesundheitsfördernden Wirkungen hat. Vitamine, alles mögliche. Also der steht wirklich voll. Und es sind wunderbare Blätter. Und es ist natürlich wie beim letzten Mal auch, man kann ihn jetzt vor allen Dingen natürlich auch immer noch an solchen Bären hier vom letzten Jahr, die so ein bisschen vertrocknet sind, bestimmen, wenn man jetzt nicht genau weiß, wie er sonst so aussieht. Es ist halt so ein kleines Bäumchen hier, was hier wächst. Und ja, sonst haben wir auch so wie so kleine Dornen eben hier immer so verteilt an den Ästen. Nicht allzu viele, aber hin und wieder mal einer. Hier ist einer und dann hier und hier. Also genau, da muss man natürlich gucken, dass man jetzt nicht irgendwelche anderen Knospen ist, die ähnlich aussehen. Hier haben wir was absolut herrliches gefunden. Eine riesen Ansammlung von Pfeilchen. In dem Fall hier sind es weiße Pfeilchen. Man findet ja jetzt oft so die klassischen Märzpfeilchen im lila Ton, aber es gibt eben auch weiße. Und die Blüten haben einen hervorragenden Geschmack. Richtig schön blumig. Also ist eine absolute Empfehlung und lassen sich natürlich wie auch die lilanen gut verwenden für Sirup oder auch zum Einlegen in Essig zum Beispiel. Ganz, ganz was Feines. Und ja, wie immer natürlich ist bei denen auch dazu gesagt, nicht zu viel sammeln, weil die Insekten wollen ja auch noch was haben. Und wenn man den Insekten noch mehr was Gutes tun will, dann noch eine Bienenweide vielleicht besorgen, die wir euch gerne auch wieder verlinken. Und mit der kann man wirklich großflächig Pflanzen aussehen, die die Bienen und alle möglichen anderen Insekten lieben. Jetzt haben wir hier eine herrliche Gewürzpflanze, den Gundermann, auch als Gundelrebe bekannt. Und der fängt jetzt an zu blühen. Und das ist natürlich was sehr sehr Schönes, denn die Blüte vom Gundermann ist ja wirklich eine richtige Augenweide in diesem Lila. Und der hat so eine typische Blütenform, wie sie für Lippenblütler typisch ist, weil der Gundermann ist ja auch ein Lippenblütler. Und ja, der fällt jetzt schon so richtig auf, jetzt auch an so einem sonnigen Tag wie heute. Diese frischen Pflanzen, die jetzt so kommen, die glänzen nämlich so richtig schön in der Sonne. Also die Blattoberfläche, die reflektiert richtig viel Sonnenlicht. Also sieht sehr schön aus. Und natürlich auch mit diesen Blüten. Und ja, es duftet auch schon, wenn man teilweise in Berührung damit kommt. Die stecken jetzt halt so voller ätherischer Öle. Eignet sich natürlich gut als Würzpflanze, aber natürlich weniger jetzt als Pflanze, die man, ja so wie jetzt hier die Brennnessel, die hier ja auch steht. Ja, die man ja, wo man sich einen schönen Spinat daraus kochen kann oder sowas. Aber der Gundermann, daraus ein Spinat kochen, das, naja, besser sein lassen. Aber als Gewürz hervorragend, vor allen Dingen auch für Süßspeisen benutzen wir den sehr gerne. Die Blätter lassen sich essen, aber auch die Blüten kann man gut essen. Auch sind sehr sehr lecker, ein bisschen mit dem süßlichen Nektar drin. Und der Gundermann ist sonst ein bisschen erforscht auch schon. Ja, leider jetzt nicht so viel wie der Weißdorn zum Beispiel. Also beim Gundermann hat man auch eine Hemmwirkung oder besser gesagt so eine zytotoxische Wirkung so bei verschiedenen Krebsarten festgestellt. Und auch eine antibakterielle Wirkung, antioxidative Wirkung. Aber doch eher in kleineren Studien, was jetzt noch nicht so sehr aussagekräftig ist. Auch vor allen Dingen natürlich wie immer nicht unbedingt alles auf den Menschen übertragbar ist. Aber ja, eine interessante Pflanze, die man eben gut zum Würzen einsetzen kann. Und jetzt ist der ideale Zeitpunkt auch die zu sammeln. Der Giersch, der wird auch immer größer. Also man sieht es schon. Aber es ist immer noch ein guter Zeitpunkt, den zu ernten jetzt. Denn ja, man hat wie hier manchmal solche riesigen Teppiche mit Giersch. Und dem tut es halt gar nicht weh, wenn man den ein bisschen erntet. Und da hat man eine hervorragende Vitamin C Quelle auch, aber auch Mineralstoff Quelle. Also richtig vollgepackt. Da kann das Essen aus dem Supermarkt eigentlich gar nicht mehr mithalten. Deswegen sammeln wir sowas natürlich sehr, sehr gerne. Und der lässt sich ja auch gut einsetzen. Variabel. Auch für Smoothies Saft. Aber natürlich auch warm. Also zum Beispiel mit Linsensuppe ist es auch sehr, sehr lecker. Und dementsprechend auf geht's. Sammeln. Immer schön aufpassen natürlich auf den dreikantigen Stiel. Und so diese typische Blattform. Da hat man ja auch immer so drei. Hier ist eins, hier ist eins und hier ist eins. Also so, dass man da schön drauf aufpasst. Eine Pause muss auch mal sein. Und die gestaltet sich natürlich am besten in der Sonne auf so einer schönen Kräuterwiese. Sonne ist ja jetzt auch was, was wir jetzt reichlich haben in den letzten Tagen. Und auch insofern natürlich sehr gut, da jetzt ja die UVB-Strahlung auch zunimmt. Und wir jetzt wieder anfangen können richtig schön Vitamin D zu produzieren. Denn das können uns die ganzen Kräuter hier jetzt alle leider nicht geben. Aber die Sonne, die kann uns das schon geben. Und dementsprechend ist es natürlich schön, sich ein bisschen in die Sonne zu legen und so das Immunsystem auch direkt zu stärken und sich gleichzeitig zu entspannen. Und hier haben wir eine schöne Wiese. Wunderbar hier die Taubnessel. Auch wieder so ein typischer Lippenblütler mit den Blüten, die ja so von der Form her sehr ähnlich sind wie mit dem Gundermann, den wir ja auch gerade schon hatten. Aber sonst natürlich die Pflanze ganz anders. Von der Blattform her und überhaupt auch die Blütenfarbe natürlich und der Geruch ist ja auch sehr prägnant. Sowohl bei der Taubnessel als auch beim Gundermann. Und zwischendrin hier überall Unmengen an Vogelmiere. Also hier kann man auf jeden Fall ganz beherzt einer der Hauptdaseinsberechtigung des Menschen nachgehen, nämlich grasen. Klugelmiere. Vielen Dank. Hier ein weiteres wunderschönes Wildkraut. Das Hürtentäschel, das finden wir da, wo sich auch die Hürten eben so ganz gerne rumtreiben, auf Wiesen. Da haben wir jetzt diese kleinen weißen Blüten, die jetzt recht typisch sind jetzt im Frühjahr und die uns das auch ganz gut signalisieren können so auf der Wiese zwischen all den anderen Blüten. Da ist das weiß, das hilft schon so ein bisschen. Und ja, Hürtentäschel hat jetzt hier richtig schöne Blätter ringsrum auch unten. Da muss man gucken, genau in der Wiese, es versteckt sich dann auch manchmal so ein bisschen so diese Blätter, die dann noch überall unten so rauskommen. Blätter, die von der Form her ja sehr zum Beispiel an den Rucola erinnern eigentlich. Aber er hat natürlich jetzt geschmacklich mit Rucola überhaupt nichts im Hut. Also ist ganz mild, vielleicht auch ein bisschen nussig tatsächlich und auch ein wunderbares Kraut, was man jetzt sammeln kann auf Wiesen. Also essen wir sehr gerne und ja später im Jahr kommen ja dann diese typischen herzförmigen kleinen Früchte, Samen, die dann so ringsrum wachsen. Das sieht man ja dann recht häufig im Spätsommer und im Herbst, wenn die Pflanzen auch noch wesentlich größer werden. Aber jetzt ist ein guter Zeitpunkt eben für die Blätter, um die zu sammeln und daraus schöne Salate zu machen. Huflattichblüten sind auch immer noch dabei, da werden wir uns auch ein paar von mitnehmen, weil hier haben wir ein paar und dann so in die Richtung sind auch noch welche und in die andere Richtung. Und ja, Huflattichblüten mögen wir ja sehr gerne, geradezu auf dem Salat und sowas drauf oder auch für Tee. Aber natürlich ist immer dazu gesagt, da ist Vorsicht geboten wegen den Pyrolycidin-Alkaloiden. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt im letzten Video, da ging es schon mal ein bisschen um den Huflattich. In Wäldern findet man jetzt am Wegesrand auch oft die Walderdbeere bzw. noch nicht die Erdbeeren. Natürlich, ja die Früchte von denen ist noch nicht zu sehen, das dauert noch ganz schön lange. Aber die Blätter kommen jetzt raus, da haben wir jetzt auch schöne frische Blätter. Und ja, es sind ganz feine Sachen, die Blätter. Also es gibt so eine Studie, da wurde zum Beispiel gezeigt eine antioxidative Wirkung und eine Blutgefäß erweiternde Wirkung. Ja, muss sicherlich noch ein bisschen mehr erforscht werden, aber klingt auch ganz spannend. Und ja, die sind ja auch eigentlich relativ leicht bestimmbar. Sie haben ja so einen richtig haarigen Stiel hier, wie mit so einem weißen, flaumigen Haaren überzogen ist. Und dann eben so diese typischen gezahnten Blätter, ja, es sind immer drei Blätter an einem Stiel. Also das kann man auf jeden Fall ziemlich gut bestimmen. Und ja, dann ganz gut verwenden zum Beispiel für Tee oder auch so als Salat. Ist leicht bitterlich, aber geht schon ganz gut klar. Und auch die Hunsrose ist jetzt bereit für den Frühling und für den kommenden Sommer und treibt jetzt Blätter aus, die jetzt auch in dem Stadium natürlich noch schön zart sind. Und auch die kann man entsaften oder als Salat benutzen jetzt, gerade wenn sie so jung sind, sind sie noch sehr sehr gut verwendbar. Wir haben noch was anderes damit vor, das werdet ihr dann in den nächsten Wochen sehen. Da werden wir dann mal ein Rezept veröffentlichen, wo die auch mit dabei sind. Hier haben wir zwei wunderschöne Sachen, die direkt nebeneinander stehen, aber wo man natürlich aufpassen muss. Zum einen haben wir hier den Wunderlauch, den kennt ihr ja schon aus unseren Videos, den finden wir sehr oft. Und daneben dann aber auch Lärchensporn. Und ja, an solchen Stellen muss man da natürlich aufpassen, dass man da nicht versehentlich auch ein bisschen Lärchensporn erntet. Wenn man sich dann ein Pesto macht aus dem Wunderlauch und dann da der Lärchensporn mit drin ist, wenn man Glück hat, wird es einfach nur eine schmerzlindernde Wirkung haben, das Pesto. Könnte aber auch hypnotisch werden, könnte aber auch richtig übel werden. Und hypnotisch heißt ja auch nicht automatisch, dass es unbedingt Spaß machen muss. Also da muss man definitiv aufpassen, dass man nicht beim Wunderlauch-Sammeln irgendwas anderes mit dazwischen hat. Der Lärchensporn ist ja schon sehr interessant auch, eben wegen dieser schmerzlindernden Wirkung, die da ja auch erforscht wird, aber er hat halt so einen riesigen Alkaloid-Komplex. Also nicht nur ein Alkaloid, sondern richtig viele und ist dementsprechend auch gefährlich und giftig und wer sowas einsetzt, muss sich da sehr, sehr gut mit auskennen. Also vielleicht habt ihr ja Erfahrung mit Lärchensporn. Wird ja in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet, anscheinend ja auch recht erfolgreich. Aber es hat ja auch diese Alkaloide drin, also es würde uns auf jeden Fall mal interessieren, ob ihr da Erfahrung habt mit der Wirkung vom Lärchensporn. Aber natürlich bitte nicht einfach ausprobieren sowas, weil wie gesagt, da sind viele gefährliche Alkaloide drin, was man nicht einfach so sich mal so eben gönnt. Jetzt schaut euch diese Blütenpracht hier nochmal an, also was die Natur da schon wieder geleistet hat für ein Kunstwerk ist wirklich unglaublich. Und hier steht alles voll davon. Hier haben wir nochmal die Märzfeilchen, die Duftfeilchen, aber in dem Fall jetzt auch hier in der ganz klassischen Farbe, in diesem lila Ton, nicht wie vorhin, in dem Weiß. Und da haben wir uns jetzt hier auch nochmal ein bisschen was von gesammelt und schon beschlossen, das werden wir dann in Essig rein tun. Also einen schönen Essig machen wir dann da draus. Jetzt haben wir gerade am Wegesrand noch ein paar schöne Nachtkerzen, Wurzeln ausgegraben. Dann haben wir in einem anderen Video schon mal gezeigt, wie die so in etwa aussehen, wie man die so in etwa bestimmen kann. Weil von oben betrachtet sieht man ja erstmal nicht so viel, aber man hat doch ein schönes ertragreiches Gemüse unten dran. Und damit war es dann auch für heute. Also dann bis bald. Dann bis bald. Vielen Dank.